so meine lieben freundchen der schlecht bis mittelmäßig gut ausgestatteten unterhaltung ja wir sind mal wieder und wir spielen mal wieder im wald ja Räuber und Gendarm ei 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 so sag ich zu nicht so so wir sollten klar was aufwenden ich hab das keine ahnung ganz interessant nach der ersten halbzeit steht es schon 3 zu 1 für bayern gegen FC Nöttingen Nöttingen also so ja ist so nach der ersten halbzeit noch kann man das ja nicht als klareres Wasser bezeichnen nee oder kannst du vielleicht irgendwas ich frag mich gerade ob du irgendwas hast um das ich hab nichts ich bin leider es ist da ich muss erst mal was trinken so ok 10 i na gut oooohh ein Sturm zieht auf oooohh oooohh ich glaubs bald mal nicht du brauchst noch 5 Rocks wir brauchst noch 5 Rocks und 3 Stiegs ohne Stieg ohne Stieg ohne Stieg ohne Stieg ohne Stieg 2 3 2 3 4 3 5 3 5 5 5 6 6 5 5 6 5 5 15 5 Boah. Schneck-Golick. Boah Schneck. Noch eine Uhr. Ich glaube irgendwo ist doch bestimmt mal eine Rolex dran. Ganz bestimmt Rolex. Und noch ein Stein. Du brauchst drei Stiegs. Du brauchst noch drei Steins. Zwei. Oh Mann bist du böse. Da hat er einfach... Ach jetzt zieht man die Farbe ein. Stimmt ja. Ja. Das sind Liebefern. Ja und du hast anscheinend irgendwo Clearwater gefunden. Nee ich hab Soda getrunken vor uns. Siehste. Hier soll ich irgendwo Leaves einsammeln. Wo brauchst du Leaves überhaupt? Ja Leaves überhaupt eigentlich. Ja da musst du glaube ich immer solche kleinen Bücher zerhacken oder? Bei den Farben bringt das nicht viel. Noch ein Stieg. Noch ein Stieg. Da war noch ein Rest noch ein Stieg. Ja. Alles mitnehmen. Genau. Noch ein Röckchen bräuchte. Noch ein Stieg. Ja. Und dann hackst du noch einen Baum zusammen. Nimmst du noch einen Baum mit. Ich mein es ist ja immer gut so einen Baum mit zu haben. Noch ein Stieg. Schon so viel Stieg. Da ein Rock. Nee war zu klein. Scheiße hier. Weißt du's? Ja ich hab. Oh ein U-Reinwohnerdorf. Das ist vielleicht jetzt nicht so das Optimum wo wir hin sollten aber. Aber schon was die alles kennen hier. Das hat wahrscheinlich unseren kleinen Sauger hier erwischt. Nee da war ein Kadaver. Das ist ja ungünstig hier eh. Aber ich wollte jetzt erst mal. Guck mal hier pflanzen sie ihre Bäume an. Ich wollte hier primär. Leaves. Nee Leaves wollte ich nicht aber. Na doch hier kriegst du aber Leaves. Da ist auch noch ein Rock. Rechts neben dir. Da ist noch einer. Ja aber ich kann... Da ist schon ein U-Reinwohner. Ich muss schnell weg. Aber diese U-Reinwohner die sind nicht so die freundlichsten. Hase! Kaninchen! Nicht zu lang dann. Ja nimm doch mal ein paar Leaves mit. Du musst dich immer an dem Ding orientieren. An dem Deich mit dem... Naja du siehst ja... Du siehst ja wo er das... Ja wenn du mal... Keine Ahnung hast wo genau so richtig. Wie bleibst du überhaupt außer? Mit... Mit Leertaste. Achso. Du kannst auch schnell schwimmen. Würde ich bei deinem Gemütszustand persönlich empfehlen. Ja du hast ja hier... Und nur... Gesundheit. Hase. Okay. Wohin ist die... Bisschen weiter... Genau. Ich habe erstmal nur ein bisschen nachgelegt. So. So. Kannst du ja noch ein bisschen nachlegen glaube ich schon. Let's take a look. Ah. C. Bisschen loh ich auf Ass. Du musst das bei dem anderen mal nachlegen glaube ich. Bei dem anderen Fall. Hauptsache... Ja. Wir passen nicht wenn der loh ich gut ist weil... Ja. Guck loh ich. Loh ich. Loh ich. Es den loh ich. So. Ich glaube da haben wir doch von uns Medizin gefunden. Ja. Brüte 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 Brüte. Cash Money. Ah. Kann man zum Feuermachen verwenden. Schön. Au. Au. Ah. Hilfe. Ich brenne. Ah. So. Okay. Wir wissen wie man sich das tut. Lach nicht. Hm. 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 Du hast das Haus. Ja. Ja. So. Wo machen wir als nächstes. Ich würde sagen wir stellen uns mal ein ordentliches Haus irgendwo hin. Ja. Da brauchst du 82 Loks. Vielleicht da unten an dem Wald oder hier ans Ufer. Ich würde hier unten was hin bauen wollen. Ja. Genau. Da hinten bei den Steinen ja. Vierter Moment. Shelters. Das ist mal ein Cabin. Die brauchst du nur 13. Das ist mal eine Seite weiter. Vielleicht wollen wir kurz. Wollen wir die Dörren. Es gibt dann auch noch Hausbeute oder sowas. Ich würde sagen ich stelle das Ding erstmal doch noch mit hier her. Ja. Lass mal ausgucken. 13 Uhr. So. Was ich aber. Kann man hier vorne. Kannst du ja gleich wollen. Ich wollte bloß mal noch gucken. Weil du willst doch mal noch auf die nächste. Dann hätten noch. Alpen Treehouse. Bossen 59. Und ein Baumhaus wäre schon. Ja. Nicht schlecht. Irgendwo gab es auch mal mit dem Hausboot. Gather Logs. Dann gavern wir mal ein bisschen. Da oben war eigentlich weniger Weg oder? Ja. Aber da oben war eine 8 Uhr Reihenwohnung. Guck mal. Achso. Oh. Ich habe gerade irgendwie einen Vogel oder sowas. Aber ich guck. Ja. Einfühltig. Nicht trauern, weiterschlagen. Das sind doch meine Freunde. Wenn du so ein Problem hast, ja. Bei so viel Einsamkeit kann man so einen Minderwertigkeitskomplex bestimmt bekommen. Da sein. Logs. Wir können so... Was machst denn du? Das da hinten ist grad so ein Peter langgelaufen. Ich hab keinen Peter gesehen. Willst du mich langsam mal deine Idex aus dem Feuer nehmen? Die hab ich doch schon verspeist. Den lu ich. Aber ich möchte mal... Das sind zwei Peter. Drei. Miep. Geh schlagen. Schlechte Idee, aber gut, probieren kann man's ja mal. Zunächst Tee. Oh, da 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 Fug... äh... Was machst du denn du? Was machst denn du? Da laufen die Eingeborenen rum und ich... ... konnte nicht aua. Bin ich grad gestorben? Ne, nehm dich mit. Ja, endlich mal ein bisschen Aufregung. Okay. Ich bin dezent verwirrt. 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 Ich bin dezent auf dem Boden. Ich bin dezent auf dem Boden. Da liegt was zu essen. Reißt? Na schau mal, was die alles haben. Diese leben ja hier in Saus und Braus. Ein Leuch! Ja, nicht mal aus der Leuch so schnell. Da ist dein Zielgenauigkeit verloren. So, ich hab bestimmt nur wieder dieses komische Boze-Zeug. Wo denn drinnen? Dringend. Da liegt noch was. Na endlich. Irgendwo muss ja bei denen ja noch eine Kiste rein. Glaub ich nicht irgendwo Medizin, irgendwas. Weiß nicht. Nein, hab ich nicht. Da ist noch so eine Kiste. Ja. Food und Trink. Aber ich glaub meine Gesundheit, die scheint sich grad irgendwie wieder von selbst zu verbessern. So was zu trinken ist immer gut. So was zu trinken ist immer gut. Aufmachen. So schlank wie die in Schule kommen. Ja ich kann ja nicht rennen. Das ist das Problem. Den Rest eben nochmal. Wie jeder andere vernünftige Mensch auch. Ach. Da hat er ja beißen nicht aus sich gekannt. Ja. Denn nur wenn du hungrig wirst, was zu dir war. Wie so. Ja Schatz. So. 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 Ja. Willst du wohl mal andenken mitnehmen, wenn dir die Arten mitnehmen willst. So geh mal in das Haus ein. Da sind noch ein paar Kisten. Ich muss das mal. In den Koffern sind schon so viel drin. Einfach genau anvisieren. Und dann. Nektar. Da sind immer ein paar Schnacks drin. Ja. Ja. Und ganz rechts. Ganz hier. Ja. Kann keine Medizin mehr auch. Da hat die Kisten. Und ein Seil hängen da noch. Vielleicht kannst du das noch gebrauchen. Und noch da hinten drin noch eins. Warum kann ich keine Sodas mehr mitnehmen? Wir haben zu viel Soda. Ja. Kannst du mit den Sodas noch deinen Hunger stillen? Ne. Das sind ein paar. Eine kann ich wieder mitnehmen. Aber mehr auch nicht. Ich glaube erst mal in Richtung Home, ja? Ja. Kannst noch ein paar Loks mitnehmen. Also ein paar. Kannst auch noch ein paar mitnehmen. Ich möchte erst mal Richtung Zuhause. Oder so. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich muss mich wieder Energie aufholen. Ja. Ohne S-Diep. Du mit deinem Ohn ist Diep. Doe mit deinem Ohn ist Diep. Noch eins. Druck. 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 sind immer gut. Ja, und Leaves auch. Ach, Hasilein. Das hast du sowieso nicht. Ein bisschen Leucht könnte ich nur wieder gebrauchen. Genau, Leaves ist auch gut. Auch mehr für die Feuer. Ja. Das Sehende ist schon nicht ausgegangen. Ups, was habe ich... Ich glaube, ich habe gerade irgendeinen Vogel geschlachtet. Wo ist unser Zuhause? Jetzt glaube ich mal schon langsam, vielleicht gegen Neu im Lurich. Oder Hasi. Dann ist er nachhaft, ne? Das weiß ich nicht mehr. Nein, das ist ja abgehauen. Nein, aber der trifft doch einfach nicht. Nein, das ist ja abgehauen. Das ist ja abgehauen. Dein Armhausen. Was ist alles nicht zu essen? Ja, das machen wir auch. So. Da sind wir wieder. Ja. Also wir brauchen Glürche, Hasen oder... Ja. Ja. Und das ist ja schon sehr. Ja. 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 Das ist ja sowas erschöpft. Was du angefangen hast, bringst du zu Ende. Er schlägt uns nichts, aber er schlägt richtig. Kann man auch wieder Bäume irgendwo anpflanzen oder so, weil ich hier jetzt die ganze... Der Wald ist groß genug. Der Wald ist für alle da. Wirst du noch lernen? Wann? Mhhh, eine Klasse. Und Bio? Ja. Und dann Lebensraum Wald. Und dann kommen wir da Lebensraum See. Bist du Freunde, aber an diesem Channel ist schon wieder vorbei. Jetzt ist wieder die Alex dran. Der Alex. Also bis dann. Tschüss.